Was ist der Traubenkern? Traubenkern Ich liebe Traubenkerne. Ich habe Dr. Lüscher getroffen. Aufgrund von Traubenkern habe ich Dr. Lüscher getroffen. Viele Ärzte in Kanada haben sehr viel Arbeit in das hineingesteckt. Also das hebt das IGFP an. Also kann sich diese Zelle nicht mehr teilen. Wenn eine Krebszelle sich nicht mehr teilen kann, dann gibt es auch kein Problem mehr. Das Problem ist immer, wenn die Zellen sich zu schnell teilen. Dies hilft es, diesen Prozess zu unterbrechen. Speziell in der Kombination von Grüntee und Kurkuma. Es ist keine Zauberei, aber es ist sehr gute Medizin. Es verhindert, dass Blutgefäße in den Tumor hineinwachsen. All diese verschiedenen Dinge, die da aufgelistet sind, führen dazu, dass Krebszellen wachsen. Als Beispiel. Als Beispiel. Dieses Hormon bewirkt, dass Testosteron in Östrogen umgewandelt wird. Das ist sehr entscheidend im späteren Stadium von Brustkrebs. Es werden Medikamente verwendet, die Aromatase-Hämmer heißen. Ihr habt Traumkerne. Das ist viel sicherer. Und es hilft, die anderen Antioxidantien wiederherzustellen. Es ist Nummer zwei nach dem Glutogen. Was man nicht oral einnehmen kann. Was man nicht oral einnehmen kann. Aber das kann man. Ja. Es hemmt die Entzündung im Körper. Speziell in den Blutgefäßen. Und es verhindert ein Verklumpen des Blutes. Jeder Krebspatient hat das Risiko von Thrombosen. Die Gefahr ist dreimal so hoch wie von jemandem, der keinen Krebs hat. Und bei Prostatakrebs ist die Gefahr sogar um 30 erhöht. Also ist das sehr entscheidend. Und das verhindert außerdem, dass der Krebs sich ausbreiten kann in andere Organe, in andere Körperregionen. Ich verschone euch die biochemischen Vorgänge, aber es ist sehr entscheidend. Es verhindert, dass der Krebs streut und Gene weitergibt. Und hilft, dass es wieder angeschaltet wird. Dass die wieder reaktiviert werden, die Gene, die den Wachstum kontrollieren. Das Schlechte geht runter, das Gute geht hoch. Es dient zum Schutz der DNA. Es verhindert die Mutationen. Je älter der Krebs ist, je mehr Mutationen, und umso mehr gefährlich wird es. Krebs in Stadium 1 und 2 zu heilen ist relativ einfach. In Stufe 3 und 4, wo es anfängt zu streuen, da wird es langsam schwieriger. Den Krebs zu stoppen, bevor die Mutation eintritt, ist entscheidend. Aber du siehst, Hawthorne, Treeberry, das hilft auch. Cocoa. Cocoa hilft. Schokolade. Weißdorn und Kakao. Mandeln helfen auch. Ich bin froh, dass ich in der Schweiz bin. Gute Schokolade. Und chinesische Gewürze. Die haben ähnliche Zusatzstoffe. Aronia Beere. Ist auch sehr ähnlich. Proanthocyanidins. The technical word for anthocyanidins and proanthocyanidins. They're in all these different plants. The same chemicals are in all these plants. All diese Stoffe, die wir gerade genannt haben, haben die gleiche chemische Zusammensetzung. Oh, there we are. Da sind sie. What it says, right there. All right. Protects the blood vessels. This is why I take it. Der Grund, warum ich es nehme, ist, es schützt die Blutgefäße. Jeder in meiner Familie hatte einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall. Yeah. Mein Zwillingsbruder ist daran gestorben. Das ist der Grund, warum ich es so gern habe. Ich denke, das ist der Grund, warum ich noch am Leben bin. Es ist gut für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Krebserkrankungen. Und wundervoll für Asthma. Asthma. Fast jeder Fall war in der Lage, alle Medikamente abzusetzen mit 400 Milligramm am Tag. Ich selber nehme 600. Ihr müsst nicht aufhören, wenn ihr bei 400 seid. Es ist sehr sicher, ihr könnt weitergehen. Die Asthma-Patienten brauchen dann ihre Asthma-Geräte nicht mehr. In fast jedem einzelnen Fall. Asthma, Krebs, Herzerkrankungen. Senkt das schlechte Cholesterol. Cholesterin. Die Bestrahlung macht Fette kaputt. Dieses Mittel hilft es zu reparieren. Wiederherzustellen. Aber wir geben es nicht während der Bestrahlung, sondern nach der Bestrahlung. Wenn Leute schnell Hämatome, blaue Flecken bekommen. Es stärkt die Blutgefäße, sodass sie nicht schnell bluten. Und es kann auch bei Allergien helfen. Aber Quercetin ist besser. Quercetin ist ein natürliches Mittel. Das sind Enzyme, die Proteine aufnehmen. Krebszellen nutzen das, um aus dem Tumor heraus zu gehen. Und gehen in die Lymphknoten. Und auch in weitere andere Organe. Wir wollen ganz sicherstellen, dass der Krebs nicht in unser Gehirn geht. Oder in die Lungen. Oder in die Leber. Die meisten Leute sterben innerhalb von sechs Monaten. Wenn man sich nicht gut um sie kümmert. Und ihnen bessere Behandlungsmöglichkeiten gibt. Dies hilft, das abzuschalten, dass es sich ausweitet. Dass es streut. Um es zusammenzufassen, es reduziert das Risiko. Nicht in jedem Fall natürlich. Zu jeder Regel gibt es eine Ausnahme. N minus 1. Immer wenn man eine gewisse Anzahl Leute hat, immer minus 1. Es hilft bei Wundheilung. Es hilft sehr gut nach einem Schlaganfall. Wenn man es nicht genommen hat, um einen Schlaganfall vorzubeugen. Dann kann man es nehmen, um den Schlaganfall zu heilen. Die Blut-Hirn-Schranke stellt es wieder her, sodass die Giftstoffe nicht ins Gehirn kommen können. Das Gehirn ist sehr beschützt von chemischen Stoffen. Und nach einem Schlaganfall ist es gar nicht mehr geschützt. Das ist der Grund, warum wir Traubenkerne geben. Diabetes-Patienten, die langsam erblinden. Wenn sie das nehmen, hilft es ihnen. Es hilft bei... Like in Menopause. Ah, Hitzewallung. In der Menopause. In der... Wie sagt man auf Schweizerdeutsch? Umwand-Wechseljahren. And hot flashes from drugs, like in breast cancer treatment. Oder wenn man Medikamente gegen Brustkrebs bekommt und aufgrund dessen Hitzewallungen bekommt. Oder Männer, die gegen Prostatakrebs behandelt werden. Es gibt eine ganze Reihe anderer Dinge, die helfen. Magnesium. Chinesische Gewürze. Kräuter. Diesen gibt dem Körper sehr viel mehr. Lupus. Anyway, Autoimmunerkrankungen. Es hilft auch bei Autoimmunerkrankungen. Ja. Okay. So, they directly kill some cancers if you get enough. Wenn man genug Traubenkerne nimmt, können sie direkt Krebs eliminieren. Eine solle Zeit von dem Körper. Das kann man auch totalen Unternehmen geben. Wie ist es hier? Also, das ist jetzt noch ein paar Sachen. Weil sie nicht weniger. Die Ausatmen gehen. Und dann können sie einfach mal auf den Kettenkrebs geschaffen. Vielen Dank.